Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Barmoo Video. Freunde, im heutigen Video schauen wir uns den BMW der Baureihe 5er, E60 und E61 an. Unser erstes GWT, was damals scherzhaft den Namen der Engel unter Bengel trug, ist nun dreieinhalb Jahre alt. Deswegen frischen wir dieses nun auf und schauen uns an, wie die Preise sich nun nach so einer Zeit verändert haben. Schaut doch gerne auch bei unserem Zweitkanal Boxengasse vorbei. Dort laden wir regelmäßig Reactions zu automobilen Themen und euren Fahrzeugen, welche ihr uns bei Insta zusendet, hoch. Wenn ihr selbst live dabei sein wollt, folgt uns gerne bei Twitch oder auf www.bavum.tv, Links in der Beschreibung. Nun genug gequatscht, ab zum Gebrauchtwagen-Tipp, los geht's! Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. Fangen wir mit den allgemeinen Fahrzeugdaten an. Der E60 läutete im Jahr 2003 unter der Regie von Chris Bangle eine völlig neue Designsprache in der Fünferreihe ein. Zwar wurde der Fünfer-BMW von Sünden wie dem liebevoll genannten Bangle-Hack, wie es der E65 hatte, verschont. Dennoch ist die Designsprache hier deutlich erkennbar und setzt sich enorm vom Vorgänger ab. Im Jahr 2004 folgte dann der Touring mit der Modellbezeichnung E61. Der BMW E60 bzw. E61 war auch der erste Fünfer, bei dem die Touring-Modelle eine andere interne E-Bezeichnung hatten als die Limousine, was sich auch bis heute so fortführt. Der Insassen- und Kinderschutz ist beim E60-61 auch überdurchschnittlich hoch für die Fahrzeugklasse. Hier erreicht der BMW 4 von 5 Sternen im ADAC-Crashtest. Lediglich beim Fußgängerschutz erreicht der E60 nur einen von 5 Sternen, also sollte man tunlichst vermeiden, Leute damit anzufahren. Motoren und Preise. Die Motorenauswahl war beim E60 enorm groß. Besonders interessant bei diesem Modell ist aber, dass es auch alle großen Motorisierungen wie den 545i, 550i und M5 ebenfalls als Touring und nicht nur als Limousine gab. Wenn ihr also ein schnelles Baustellenfahrzeug braucht und keinen Bock auf beispielsweise einen Ingolstädter habt oder BMW Fahrdynamik haben wollt, seid ihr beim E61 genau richtig. Auf dem BMW M5 E60-61 gehen wir in einem gesonderten M-Special-Video ein. Bei den Benzinern machte der Anfang der 520i, welcher 170 PS leistete, zunächst aus einem reinen Sechszylinder mit 2,2 Litern und ab Facelift aus einem 2-Liter-Vierzylinder und als Schlusslicht der AG-Modelle stellte der 550i mit 367 PS aus einem 4,8-Liter-V8-Triebwerk dar. Somit ist für jeden Geldbeutel und Fahrspaß etwas dabei. Für die Langstreckenfahrer gab es natürlich auch diese Modelle bei BMW und davon natürlich auch nicht zu wenige. Los ging es beim 520d mit 4 Zylindern und 163 PS bis hin zum reinen Sechszylinder im 535d. Probleme der Baureihe Im Facelift vom 520i wurde der N43B20 verbaut, welcher leider nicht sehr robust ist. Hier gibt es leider häufig Probleme mit der Steuerkette. Achtet also beim Kauf auf ungewöhnlich hohe Rasselgeräusche von vorne oder schaut am besten in den Rechnungen direkt nach, ob diese nicht schon gewechselt wurde. Das gleiche Problem hatte der 520d ab Facelift, bei dem dann der N47D20 verbaut wurde. Bei den Sechszylinder-Diesel-Modellen machen die drei Klappen gerne Probleme. Diese sollte man, wenn nicht schon längst getan, am besten vorsorglich entfernen oder entfernen lassen, da diese sich lösen können und somit Kunststoffsplitter in den Brennraum gesaugt werden könnten. Ihr solltet die Turbolader prüfen, insbesondere bei den Benzinern, da diese oft durch falsche Handhabung der oder des Vorbesitzers oftmals in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Achtet bei den V8-Modellen auf sichtbaren Ölverlust. Die Dichtungen können hier gerne mal undicht werden und neigen dann dazu, etwas durchzulassen. Auch wenn zu sagen ist, dass die Problematik nicht mehr so stark ist wie bei den Vorgänger V8-Modellen des E39. Bei Fahrzeugen, die über die Ausstattung einer Niveauregulierung verfügen, sollte man darauf achten, dass diese ohne Störgeräusche reguliert. Ist diese nämlich irgendwann defekt, hängt das Heck des Fahrzeuges tiefer als jeder 3er BMW mit Billofahrwerk vom Parkplatz bekannter Fastfoodketten und die Reparatur kann unter anderem sehr teuer werden. Insbesondere bei den Touring-Modellen sollte man ein Auge auf den Heckkabelbaum haben, speziell im Bereich der Heckklappe. Dieser bricht nämlich gerne an der Knickstelle. Dafür gibt es aber einen speziellen Reparatursatz seitens BMW. Bleiben wir im Heckbereich. Hier gibt es nämlich leider weitere Anfälligkeiten. Sind beispielsweise die Abläufe des Schiebedachs dicht oder die Dichtungen der getrennten Heckscheibe oder Rückleuchten defekt, sammelt sich das Wasser fast immer in der Reserveradmulde. Was dazu führen kann, dass viele Ausstattungen auf einmal ausfallen, wie zum Beispiel PTC oder die Anhängerkupplung. Ein weiteres Problem mit Feuchtigkeit hat das Antennen-Diversity, welches bei Touring-Modellen im Dachspoiler sitzt. Hier kann es ebenfalls dazu kommen, dass Feuchtigkeit eintritt und ihr keinerlei Radioempfang mehr habt. Soviel zum Heckbereich. Beim iDrive-System solltet ihr darauf achten, dass dieses vernünftig funktioniert. Insbesondere bei heißem Wetter, falls ihr das Fahrzeug im Sommer begutachtet. Hier kann speziell das alte System aus dem Vor-Facelift-Modellen ausfallen, da die CCC-Einheit hier defekt sein kann. Wenn möglich, greift lieber zu einem Facelift, welches mit einer Head-Unit High arbeitet. Dies ist nicht ganz so störungsanfällig und BMW hat mit dem Facelift das iDrive-System komplett überarbeitet und aufgeräumt. Ausstattung Beim E6061 gab es zahlreiche Neuerungen, die das Fahrzeug technisch deutlich vom Vorgänger abheben und moderner machten. Mit dem iDrive-System revolutionierte BMW damals die Infotainment-Systeme in Fahrzeugen. Die erste Version in den Vor-Facelift-Modellen war hier zwar noch etwas unaufgeräumt und wirkte schnell altbacken, doch im Facelift wurde diese komplett überarbeitet und die Oberfläche so ausgearbeitet, dass man selbst in heutigen Modellen erkennen kann, woher der Ursprung dieser kam. Zum ersten Mal halbwegs annehmbare Becherhalter in einem BMW. Ja, kaum zu glauben, die Becherhalter im E60 und E61 sind tatsächlich mal so etwas zu gebrauchen. Das dürfte in der Fünfer-Reihe definitiv einer der größten Revolutionen gewesen sein. Denn BMW-Fahrer kennen das Leid, dass man den Becher bis dahin nie irgendwo abstellen konnte, außer auf seiner Beifahrerin oder Beifahrer. Ein Head-Up-Display hat seinen Weg nun auch in die Armaturenbretter des Fünfers gefunden, natürlich gegen Aufpreis. Ebenfalls erstmals in der Fünfer-Reihe BMW Night Vision mit Wärmebildtechnik, Spurhalteassistent, Kopfstützen mit Aufpralerkennung und noch einiges mehr. Wie man sieht, fanden zahlreiche Neuerungen beim Wechsel vom E39 auf den E60 Einzug in die Fünfer-Reihe. Bei kaum einer anderen Reihe ist der Unterschied zum Vorgänger so groß, außer möglicherweise noch beim Siebener E38 zum E65. Ansonsten waren natürlich die altbekannten Ausstattungen wie Sitzheizung, verschiedene Leder- und Sitzpakete, Klimaautomatik usw. natürlich bestellbar. Empfehlung Hier empfehlen wir eindeutig den 530i als Facelift. Dieser bietet den perfekten Spagat aus Leistung und Kosten und ist relativ wartungsarm im Vergleich. Wenn man die Möglichkeit hat, an einen 535i ranzukommen über einen Importeur oder ähnliches, wäre dieser auch noch zu empfehlen, da dieser den Spagat noch besser hinlegt, aber leider in Deutschland nicht erhältlich war. Alternativen Die Alternativen sind natürlich wieder typischerweise die bekannten Übeltäter aus Ingolstadt mit dem A6 von Audi oder der E-Klasse von Mercedes-Benz aus Stuttgart. Die etwas exotischeren Alternativen kommen hier beispielsweise von Lexus mit dem Lexus GS der dritten Generation, welcher etwas zeitversetzt, also von 2005 bis 2011 gebaut wurde. Der Lexus ist ebenfalls sehr gehoben und erfüllt absolut den Premium-Anspruch. Noch dazu hat der Lexus GS sogar besser abgeschnitten bei Crashtest wie z.B. dem NCAP. Hat aber leider auch eine kleinere Motorenauswahl und ist auf dem Ersatzteilmarkt in Europa deutlich schwächer aufgestellt, auch wenn man sich vielleicht noch bei Toyota-Teilen bedienen kann. Ebenfalls in der oberen Mittelklasse gab es bei Jaguar den S-Type bzw. den Nachfolger XF. Hier wurde der S-Type von 1999 bis 2007 gebaut und der Nachfolger XF kam von 2008 bis 2015 auf den Markt. Somit gibt es hier einige Überschneidungen in den Baujahren. Ein weiteres Beispiel wäre noch der Volvo S80, welcher ähnlich gut bei Crashtests wie der E60 abgeschnitten hat. Hier war es baujahrübergreifend aber auch wieder die erste und zweite Generation, die ähnlich gebaut wurden. Die erste von 1998 bis 2006, die zweite von 2006 bis 2016. So Freunde, das war's mit dem BAMU-Video für heute. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und würden uns über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es jetzt kostenlos tun. Vergesst auch nicht die Glocke zu aktivieren, denn nur so bleibt ihr auf dem neuesten Stand. Wenn ihr live mit uns über Gebrauchtwagen und alle weiteren Fahrzeugthemen philosophieren wollt, dann vergesst auch nicht bei uns bei Twitch auf www.bavmo.tv zu folgen oder die Highlights auf unserem Zweitkanal Boxengasse anzuschauen. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, eure BAMU-Crew. Bis zum nächsten Mal, eure BAMU-Crew.